Sie haben menschliche Gestalt. Sie leben seit Jahrtausenden unter uns. Sie sind die Wächter der Nacht. Sie sind Vampire. Alle tausend Jahre wählen sie ein Oberhaupt, einen Anführer. Er ist heute hier. Der Fürst der Finsternis. Hallo, ich bin der Fürst der Finsternis. Und ich kenne keine Gnade. Ich merke schon, ihr fragt euch, ist der Typ auf der Bühne überhaupt ein echter Vampir? Natürlich bin ich echt. Und ich kann das auch beweisen. Denn wenn ich echt bin, kann man mich in keinem Spiegel sehen. Ich habe mal mitgebracht hier. Ich werde mit keinem Wort erwähnen. Kein Bild. Das ist eine Riesensauerei. Ich kann mich tierisch drüber aufrecken. Ich habe noch mehr schlechte Witzauflage. Und ich werde sie alle machen. Denn ich bin ja Fürst der Finsternis. Ich kenne keine Gnade. Ich werde ganz ganz oft gefragt, sagen Sie mal, wie wird man das eigentlich? Fürst der Finsternis. Ganz einfach. Ich habe mich nach unten geschlafen. Man hat mich gebeten, heute Abend meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu demonstrieren. Aber das kann ich leider nicht alleine. Da brauche ich Hilfe aus dem Publikum. Und da komme ich doch gleich mal zu euch runtergeflattert. Da ist die Freude, das muss ich, wa? Mit wem habe ich denn heute Abend das Vergnügen? Ich bin Inge. Inge? Ja. Oh, das ist ein schöner Name. Da fällt mir jetzt gar kein Gag zu ein. Schade. Wir wollen jetzt zusammen für das Publikum die sogenannte Echo-Ortung oder Ultraschallorientierung demonstrieren. Und damit das überzeugender wirkt, müssen wir mir die Augen verbinden. Hast du schon mal einem Mann die Augen verbunden? Nein. Du hast. Alles klar. Wunderbar. Ich habe dir auch was mitgebracht. Und zwar habe ich hier zwei neue, echte, antike Münzen. Nimm mal die Münzen in die Hand. Untersuch die mal. Schau mal nach, ob man die verbiegen kann. Ob die aus Schokolade sind. Untersuch mal. Ja, sind das Schokolade. Die sind doch Schokolade? Ja. Scheiße, dann sind das die Falschen, ey. Das ist ja blöd. Weißt du was? Ich schenke dir die Münzen. Oh, danke. Guck mal, die kannst du in deine Tasche machen. Die machen so herrliche braune Flecken. Okay, du bist ja armer, ja? Du darfst doch mal gucken. Weil die Leute sind immer sehr misstrauisch. Schau mal nach. Habe ich in meinen Ohren oder hinter meinen Ohren irgendwelche elektronischen Hilfsmittel? Ich glaube, ja. Scheiße. Das hast du gesehen. Das ist ja ein bisschen. Egal. Aber guck mal, da ist nichts. So. Okay. Jetzt bin ich da. Und jetzt habe ich das dabei, was wir alle aus unserem Schlafzimmer kennen. Und zwar eine Rolle Klebewand. Ey, was ist los? Findet ihr das pervers oder was? Wisst ihr überhaupt den Unterschied zwischen einem guten Liebhaber und einem perversen? Der gute Liebhaber nimmt zur Stimulation eine Feder. Der ververselt das ganze Huhn. Alles nach, was ich vormache. Du klebst jetzt die München in die Mitte von dem Klebestreifen. So richtig fest andrücken. Ja, sehr gut. Bist du verheiratet? Ja. Das merkt man gleich. Du kannst Anweisungen gut folgen. Ja, 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 ja. Das ist super. Okay. Pass auf. Wir kleben die München jetzt auf mein Auge und wichtig, der Klebestreifen in einem Schatten. 45 Grad. Also nicht 44, aber 46, aber zack. 45. Pass auf, ich mache das. Die München kommt auf mein Auge. Klebewand fest andrücken. Du bist dran. Inge. Do you speak my language? Ja, 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 okay. Okay. Die Idee, ich werde dir ganz kurz die Idee, die du da hast. Die Idee ist, dass ich die Augen verbunden habe und nichts mehr sehe. Weißt du? Wenn das Klebeband in meiner Hand ist oder in deiner Hand ist, ist mein Sichtfeld nicht extrem eingeschränkt. Ja, egal. Was habe ich gemacht? Ich mache einfach nochmal. So. So. Inge. Das Auge. Nicht abreichen, raubkleben, dein Streifen. So. Jetzt ist aber Ruhe im Karton. Ja. Vielleicht habe ich mir das Ohr geklebt. Jetzt. Hast du Klebeband am Ohr, kommt dir alles leiser vor. Nein, egal. Ein Bild dann. Aus ihrer Handtasche raus. Packt ihn auf ihre linke Hand. Daraufhin will ich aus meinem Mund einen Bereich, aus dem, aus dem, aus dem Bereich der Ultraschallfrequenz herausschleudern. Die Schallwelle trifft auf den Gegenstand in Ingels Hand. Die Schallwelle prallt zurück direkt in mein Ohr hinein. Und ich kann sagen, was für ein Gegenstand ist ich da? Inge, du bist noch da? Ja. Ich frag nochmal, ich hab das neulich vorgeführt, hab ich die Augenbind abgemacht, war kein Mensch mehr im Saal. Das war vielleicht ein Mist. Okay. Oh, das ist leicht. Das ist ein goldfarbenes Etui. Ist das richtig? Ja? Ist das richtig? Okay. 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 Und jetzt werden wir das Ganze mit deinen Gedanken versuchen. Du siehst auf dem Tisch ein Buch liegen. Das ist mein Lieblingsbuch. Der kleine Vampir. Nimm das Buch einmal zur Hand. Ja? Du darfst in dem Buch blättern. Such dir eine Seite raus. Und du darfst dir aus dem Buch ein Wort heraussuchen. Und du denkst dir doch nochmal den Gegenstand richtig vor. Richtig bildlich vor in deinem Kopf. Ah! Der Gegenstand ist hart. Ja. Ah! Der Gegenstand ist schwer. Ah! Du willst nicht heiraten? Nein. Scheiße, ich hab's versucht. Na egal. Aber ich glaube, ich glaube, ich habe das Wort in deinem Kopf empfangen. Inge, du hast gesehen, es sind 720 Seiten. Es waren lauter verschiedene Worte in diesem Buch drin. Du hast dir irgendein Wort ausgewählt. Und ich glaube, ich habe es jetzt in meinem Kopf. Das Wort, das ich empfangen habe, ist das Wort Friedhoffsmauer. Ist das richtig? Ja! Einen riesen Applaus für Inge! Ja! Scheiße, ich bin der Pfarrer, der Finsterlisten macht! Ah! Schön, Junge! Ah! 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 Vielen Dank.